Ich hatte hier einen Termin, so business-wise, und musste den wahrnehmen. Und ja, neue Wohnung, na, keine neue Wohnung, Bro. Keine neue Wohnung, obwohl ich gerade so echt, also ich glaube, ich war noch nie so krass am überlegen, ob ich umziehen soll bei mir zu Hause. Aber kann ich euch gleich erzählen, lasst mich kurz die Donuts hier nochmal noch aufmachen, so. Ich habe aktuell so Bock irgendwie, man, es ärgert mich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber so, ich bin, ich habe voll die schöne Wohnung, ich habe voll das schöne Auto, aber ich denke darüber nach, beides irgendwie zu ändern. Das ist so dumm, es ärgert mich irgendwie, dass es gerade so ist. Ich weiß gar nicht, warum, aber es nervt mich einfach. Also so, mein Auto ist cool, aber ich habe auch richtig Bock, ein anderes zu haben. Oder bei der Wohnung, ich finde meine Wohnung cool, aber ich denke mir auch so, boah, Alter, ich würde auch gerne nochmal 500 Euro obendrauf packen, Miete, und dann einfach mir was noch geileres holen. Halt die Fässige, Bastard. Ja, ja, Digga, danke, Bro. Was, ich dachte, du bist in der Base, hallo? Jetzt, jetzt mal ohne Mist. Nee, 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 nee.